Lois, schenkst du mir Saft ein? Ich kann meinen Arm nicht heben. Ich glaub's nicht, dass Brian dich gebissen hat. Das ist so gar nicht seine Art. Oh, als ob du ihn so gut kennen würdest. Halt die Fresse. Oh, äh, hey Brian. Raus aus dem Stuhl. Lass die Eier stehen. Aber das ist mein Frühstück.